Hallo ihr Lieben, heute habe ich für euch nicht nur ein Grundrezept für Lebkuchen, sondern auch eine Variante nach der viele von euch gefragt haben und zwar jene mit Pflaumenfüllung. Dieses Rezept beinhaltet nicht nur eine traditionelle Variante und eine einfache, sondern auch gleich drei Rezepte für Glasuren. Für die Lebkuchen braucht ihr Mehl, ich habe hier Weizen und Roggenvollkornmehl, es funktioniert aber auch mit 100% Weizenmehl. Außerdem braucht ihr Eier und hier habe ich Lebkuchengewürz und daneben noch etwas Zimt und Vanille. Für Lebkuchen nach einem traditionellen Rezept braucht ihr Hirschhornsalz und Potasche. Das sind zwei Backtriebmittel, die findet ihr in der Weihnachtszeit, in jedem gut sortierten Supermarkt oder auch Bio und Reformladen. Falls diese zwei Zutaten bei euch nicht erhältlich sind oder ihr sie einfach nicht verwenden wollt, gibt es natürlich eine Alternative und zwar braucht ihr jeweils einen gestrichenen Teelöffel Natron und Backpulver und zwar die hier. Außerdem braucht ihr noch Rohrzucker bzw. braunen Zucker, etwas Butter, Wasser und Honig. Gebt den Zucker in einen Topf zusammen mit der Butter, dem Wasser und dem Honig. Erhitzt die Zutaten nun auf mittlerer Stufe, bis sie geschmolzen sind. Danach nehmt ihr den Topf vom Herd und lasst das Ganze ungefähr fünf Minuten lang auskühlen, bis es nicht mehr ganz so heiß ist. In der Zwischenzeit vermischt ihr die trockenen Zutaten, also die zwei Mehlsorten und die Gewürze. Für die traditionelle Variante wird nun in jeder Schüssel separat die Potasche und auch das Hirschhornsalz mit einem Esslöffel Milch angerührt. Dieser Schritt entfällt natürlich, wenn ihr euch für Natron und Backpulver entschieden habt. Diese zwei Zutaten kommen nämlich gleich zu den trockenen Zutaten dazu und werden einfach eingerührt. Verquirlt noch schnell die Eier und schon geht's los mit dem Mixen. In die trockenen Zutaten gebt ihr nun die lauwarme Honig-Zucker-Mischung und verknetet mit den Knethaken eures Handrührers schnell einen Teig. In diesem Schritt fügt ihr auch die verquirlten Eier hinzu und rührt schnell weiter. Falls ihr euch für Potasche und Hirschhornsalz entschieden habt, dann gebt ihr diese zwei Zutaten nacheinander in diesem Schritt dazu. Wenn ihr mit dem Mixen fertig seid, ist der Teig, wie ihr seht, ziemlich klebrig. Ich würde euch empfehlen, ihn ungefähr 5-10 Minuten lang auskühlen zu lassen, denn dann bekommt ihr ihn aus der Schüssel heraus, ohne dass irgendetwas anklebt. Und ich beweise es euch auch. Schaut mal her! Butter, Zucker und Honig im Teig kühlen ein wenig aus und deswegen ist das Ganze dann auch nicht mehr so klebrig. Gebt den Teig auf eine bemehlte Arbeitsfläche, knetet ihn noch ein wenig durch und formt daraus eine Kugel. Verwendet bitte nur so viel Mehl, wie auch wirklich notwendig ist. Wickelt den Teig in etwas Frischhaltefolie, lasst ihn bei Zimmertemperatur auskühlen und gebt ihn danach in den Kühlschrank. Dort sollte er mindestens ein paar Stunden lang ruhen, am besten aber über Nacht oder sogar für ein paar Tage. Der Teig, den ich hier im Video verarbeitet habe, ist übrigens drei Tage alt gewesen. Ich habe hier zwei Teige, weil ich ja beide Varianten ausprobiert habe, um euch zu zeigen, wo die Unterschiede sind. Man sieht, es gibt einen farblichen Unterschied. Das hier ist der Teig mit Natron und Backpulver und der dunklere ist jener mit Bottasche und Hirschwarnsalz. Der geschmackliche Unterschied ist gar nicht so groß, allerdings muss ich sagen, dass jene nach traditioneller Rezeptur noch etwas weicher und saftiger sind als die mit Natron und Backpulver. Auf meiner Website im Rahmen des Rezeptes findet ihr auch Hintergrundinfos zum Thema Lebkuchen und auch zu diesen zwei Backtriebmitteln. Nehmt den Teig ungefähr eine halbe Stunde vor dem Ausrollen aus dem Kühlschrank, damit er etwas weicher wird und bereitet folgende Zutaten vor. Ihr braucht etwas Mehl zum Ausrollen, Milch zum Bestreichen, am besten einen Ausstechring oder auch ein Glas mit einem etwas dünneren Rand, ein paar blanchierte Mandeln und Pflaumenmus bzw. Marmelade. Außerdem solltet ihr noch ein Backblech vorbereiten, welches ihr mit etwas Backpapier auslegt. Entfernt die Frischhaltefolie und halbiert den Teig, denn so könnt ihr leichter mit ihm arbeiten. Bemehlt den Teig nur ganz leicht, denn je mehr Mehl ihr verwendet, umso schwieriger wird es später, die zwei Hälften zu verkleben. Rollt den Teig auf ungefähr 3-4 mm Dicke aus. Stecht nun Kreise oder auch Herzen aus, je nachdem welche Formen ihr mögt, und stellt die Kreise zur Seite. Die Reste werden natürlich wieder verknetet, ausgerollt und ausgestochen. Es geht ans Befüllen. Auf einen der Kreise legt ihr dafür einen Teelöffel Pflaumenmarmelade und deckt diesen mit einem zweiten Kreis ab. Der zweite Kreis, also der obere, sollte immer mit jener Seite nach unten schauen, die weniger bemehlt ist. Das ist wichtig, damit die zwei Hälften gut zusammenkleben. Gebt die Lebkuchen mit genügend Abstand auf das Backblech. Ich drücke die Ränder der Lebkuchen immer mit den Fingern zur Arbeitsplatte, also ganz nach unten, denn so verkleben sie am besten. Eine Hälfte des Teiges reicht übrigens für ein Blech, das heißt insgesamt habt ihr am Ende zwei Bleche voller Lebkuchen. Diese werden vor dem Backen mit der Milch bestrichen und wenn ihr wollt, könnt ihr auf jeden Lebkuchen obendrauf noch ein paar Mandeln geben. Wenn ihr übrigens die klassischen Lebkuchen zubereiten wollt, also jene die nicht gefüllt sind, dann solltet ihr den Teig einfach noch etwas dicker ausrollen und ihn etwas kürzer backen. Nach dem Backen nehmt ihr sie heraus und gebt sie am besten gleich auf ein Auskühlgitter oder das Gitter von eurem Backofen. Dieser Schritt ist wichtig, wenn ihr Hirschwanzheiz verwendet, denn in diesem Schritt dampft es aus und es gibt auch keinen unangenehmen Geruch mehr. Es folgt die Dekoration und ich zeige euch zunächst meine Lieblingsvariante mit Schokoglasur. Vermischt die gehackte Schokolade mit dem Öl und schmelzt diese über einem Wasserbad. Um halbwegs sauber zu arbeiten, empfehle ich euch die Lebkuchen auf einen Zahnstocher zu stecken und den Lebkuchen schließlich bis zu den Rändern in Schokolade zu dunken. Den überschüssigen Teil entfernt ihr einfach mit einem zweiten Zahnstocher. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten die Glasur aufzutragen, für mich hat sich diese allerdings bewährt, weil so zumindest die Arbeitsfläche und die Finger halbwegs sauber bleiben. Viele Lebkuchen haben eine Art milchige Zuckerglasur und ich zeige euch jetzt, wie ihr diese zubereiten könnt. Verrührt dafür den Puderzucker mit dem Zitronensaft und einem Teelöffel von der Milch. Diese Glasur tragt ihr am besten mit einem Pinsel auf. Und zum Schluss noch eine Variante, die auch auf dem Christkindlmarkt oft zu sehen ist und zwar jene Glasur mit Eiweiß und Puderzucker. Dafür mixt ihr das Eiweiß kurz cremig und fügt portionsweise den Puderzucker hinzu. Die Glasur sollte am Ende nicht fest und nicht flüssig sein, sondern richtig schön cremig. Falls ihr euch gefragt habt, was bei mir so im Hintergrund läuft, während ich meine Videos drehe, meine Tochter ist ganz oft mit von Apathie und diesmal hat sie mir ein bosnisches Lied vorgesungen. So viel also zum Thema Unterhaltung während meiner Videodrehs. Die Lebkuchen mit Glasur sollten auf jeden Fall an der Luft gut austrocknen und ihr solltet sie kühl lagern. So sind sie Wochen oder sogar Monate haltbar. Ein gelingssicheres Rezept für Royal Icing, mit dem ihr verschiedene Dekorationen machen könnt, zum Beispiel wenn ihr klassische Lebkuchen zubereitet, werde ich euch natürlich verlinken. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei der Zubereitung dieser saftigen Lebkuchen und freue mich natürlich wie immer über eure Kommentare und Fotos. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.